Sensoren im Smart Home, da scheiden sich die Geister. Für mich sind Acara-Sensoren und Schalter genau der richtige Kompromiss aus Funktionalität und Preis. Der Zigbee-Adapter ist dafür wie gemacht. Die Einrichtung und Funktionen davon heute in diesem Adapter-Check. Damit IO-Broker das Zigbee-Netz empfangen kann, braucht es einen Empfänger. Macht Sinn. Das kann ein CC2531-Stick sein, der mit der entsprechenden Firmware ausgestattet wurde. Fertig geflasht gekauft oder man installiert die Firmware einfach selbst, was auch seine Vorteile bietet. Mehr dazu und wie das funktioniert, erfährst du in meinem Video-Guide dazu. Wir beginnen mit der Installation des Adapters, um den es in diesem Video gehen soll. Die gestaltet sich als ziemlich einfach und sobald die Installation läuft, geht ohne Empfänger erstmal nichts. Der Adapter ist nackt und braucht noch den Zigbee-Stick. Wenn der im Raspberry steckt bzw. dem IO-Broker zur Verfügung steht, muss dieser in den Einstellungen bei COM-Anschluss noch ausgewählt werden. In der Regel ist das der mit der Bezeichnung ACM0. Durch einen Klick auf die Schaltfläche nebenan stellen wir noch die blinkende LED ab und finden auch noch die Funktion, die Kö zu deaktivieren. Das hat den Hintergrund, dass der Zigbee-Adapter ohne Kö, also Warteschlange, Befehle versucht gleichzeitig zu senden und diese eventuell dann in Teilen nicht durchkommen würden. Dafür wurde die Kö eingebaut. Hier kann es dann wiederum jedoch zu geringen Schaltverzögerungen kommen, wenn man zum Beispiel anhand eines Blocklys mehrere Geräte gleichzeitig versucht zu schalten. Nun speichern wir das Ganze und sehen uns die weiteren Funktionen an. Die Instanz zeigt grün und wir wollen die ersten Zigbee-Endgeräte verbinden. Dazu aktivieren wir den Pairing-Mode über den grünen Knopf. Nun hältst du den Sensor bzw. das Gerät relativ nah an den Empfänger und drückst den kleinen Knopf darauf, solange bis die kleine LED anfängt zu blinken. Jetzt sollte sich der Verbindungsprozess einleiten. Das funktioniert nicht immer auf Anhieb, aber wenn sie dann verbunden sind, arbeiten die Geräte ziemlich zuverlässig. Natürlich gibt es viele weitere Zigbee-Geräte, wie solche von Ikea Tratfree oder auch die Osram Smartplugs. Dazu einfach Pairing starten und die Steckdose einstecken. Kurz darauf erscheint dann wieder der Pairing-Vorgang im Lock. Sollte mal ein Gerät als undefined erscheinen, wird es einfach einmal gelöscht und neu verbunden. Das kommt aber in der Regel nicht sehr häufig vor. Nach dem Verbinden kann man noch Gruppen anlegen, also Gruppennamen festlegen und jetzt lassen sich die Geräte über die Übersicht und dem Stiftsymbol den Gruppen zuweisen. Die Gruppen sind dazu gedacht, um Leuchten oder Steckdosen synchron ansteuern zu können und dementsprechend lassen sich aktuell nicht alle Geräte in Gruppen einbinden. Darunter fallen auch die gezeigten Sensoren. Ein wesentlicher Faktor des Zigbee-Systems ist, dass es sich selbst autark aufbaut, ohne dass man Einfluss darauf hat, welches Gerät sich mit welchem verbindet. Natürlich landen sie alle am Ende an dem Stick. Um das etwas klarzustellen, sehen wir uns im Reiter Netzwerkkarte den Stern an. Das ist unser Koordinator, also der Zigbee-Stick, welcher in der momentanen Version bis zu 48 Geräte ansteuern kann und das Netz kontrolliert und bestimmt. Dieser ist über die Linien mit den einzelnen Zigbee-Geräten verbunden. Darunter finden wir auch die Osram-Plug, welche man als Router bezeichnet und einen Knotenpunkt im System bildet. Das heißt, da Zigbee ein sogenanntes Mesh-System ist, muss nicht jedes Gerät mit dem Koordinator, unserem Stern, verbunden sein. Das Signal der Sensoren und anderer Geräte, die außerhalb der Reichweite sind, kann über die bezeichneten Router also weiterspringen. Es lassen sich also theoretisch kilometerweite Reichweiten aufbauen, wenn zwischendurch immer wieder Router gesetzt werden. Router sind solche Geräte, die eine dauerhafte Stromversorgung anliegend haben, zum Beispiel smarte Steckdosen und Glühlampen. Ohne solche Router zu verwenden, erreiche ich aus Erfahrung Reichweiten zwischen 5 und 20 Metern, je nach verwendetem Endgerät und insbesondere Wände, die das Signal schwächen können. Klick auf die einzelnen Verbindungen in der Netzwerkkarte wird die Signalstärke angezeigt. Eine Null muss allerdings nicht heißen, dass jetzt gerade gar kein Kontakt möglich ist. Auch finden sich immer mal wieder Geräte wieder, die scheinbar keine Linie zum Koordinator bilden. Auch hier ist das eventuell nur ein temporärer Zustand, also ein Anzeigefehler des Graphen und die Verbindung ist dennoch gegeben. Wenn aber wirklich keine Schaltung möglich ist, sollte ein Router zwischengesetzt werden. Der Anzeige wegen lassen sich die einzelnen Geräte etwas anordnen bzw. über den Refresh-Button neu sortieren. Das ist aber nur ein visuelles Sortieren, da sich das Zigbee-Mesh-System, wie bereits erwähnt, selbst einrichtet. Der Zigbee-Adapter ist also eine tolle Ergänzung für dein IO-Broker-System, wenn du dein Zuhause kostengünstig mit Sensoren und anderen kabellosen Schaltern ausstatten möchtest. Der Tab-Analyse bietet noch weitere Funktionen für Profis. Jetzt, da unser provisorisches Zigbee-Netz steht, können wir einen kurzen Blick auf die Objekte werfen. Hier finden wir auch wieder den Osram-Plug. Durch ein Ein- bzw. Ausschalten wird der Status an unser System übermittelt. Welche Werte bzw. Stati die einzelnen Sensoren liefern, hängt ganz vom Endgerät ab. So erkennt und sendet der Acara Bewegungsmelder als Beispiel mal frühestens 60 Sekunden nach einer Bewegung wieder ein Bewegungssignal. Liefert aber andere interessante Werte wie die Lichthelligkeit oder die vergangene Zeit bis zur letzten Bewegung mit. Man könnte jetzt also die Lampen erst ab einer gewissen Dunkelheit einschalten lassen. Mit einem Blockly ist das relativ einfach umgesetzt. Ja und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs dabei sein und hoffe, dass du bei meinem nächsten Video wieder mit einschaltest und ich bin raus.